Ob da er sich jetzt absetzen kann? Laut diesem Tableau kann er sich nicht absetzen, aber auf der Strecke, dass sie quasi fast nebeneinander sind. Gefährliche Geschichte für Martin van Neuven. Aber er führt. Er hat das Ding im Griff und der Sieg in der Strecke ist allen auch sehr eindrucksvoll hier. Und das ist der Moment, den ich meine, wo sie dann nebeneinander sind. Die Sörensen gibt alles und fightet hier, weil hier muss sogar ein bisschen ab.